Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabel Wert gewinnt zum dritten Mal nacheinander und zum insgesamt fünften Mal den Weltcup. Beim Finale in Göteborg kann sich die Weltranglisten Erste im Sattel der Stute Weilgold in der Kür knapp gegen Vize-Weltmeisterin Laura Graves aus den USA durchsetzen. Bei der Siegerehrung lässt die 49-Jährige aus Rheinberg dann auch Graves und ihre drittplatzierte Landfrau Helen Lange-Haneberg an ihrer erfrischenden Freude teilhaben. Der THW Kiel steht im Finale des DHB-Pokals. Zehnmal konnten die Norddeutschen den Kap schon gewinnen, jetzt stehen sie vor dem nächsten Erfolg. Weltmeister-Torwart Niklas Landin wieder einmal ein wichtiger Erfolgsgarant. Vorne treffen Duveniak und Eckberg jeweils sechsmal. Trotz des Endergebnisses von 24 zu 22 ein überzeugender Sieg des THW. Im Finale am Sonntag trifft Kiel dann auf Magdeburg. Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Bundestrainerin Martina Voss-Teklenburg. Gegen Schweden reagiert Katrin Hendrich blitzschnell, als ihr der Ball vor die Füße springt. Die verdiente Führung nach 50 Minuten. Linda Dallmann kann 15 Minuten später sogar erhöhen. Ein platzierter Schuss aus der Distanz. Der Ausrutscher Dallmanns scheint die Gegenspielerin erst richtig verwirrt zu haben. Nach mehreren Wechseln reißt dann der Faden im deutschen Spiel. Faul von Schweres im Strafraum. Die Gastgeberinnen können durch Sega aber nur noch verkürzen. Erstmal durchpusten. Am Dienstag schon der nächste WM-Test gegen Japan.